Das Fuse ist ein mitlaufendes Auffanggerät und das erste am Markt, was alle maßgeblichen Standards in Europa und Nordamerika für Nutzlasten bis zu 140 kg erfüllt. Hallo, ich bin Lukas, Produktmanager bei Edelrit. Zu jedem Fuse gehören zwingend Diffuser-Falldämpfer. Hier stehen drei zur Auswahl. Der Diffuser S ist ein kurzer und kompakter Bandfalldämpfer für Nutzlasten von 50 bis 140 kg und eignet sich besonders für den Aufstieg an Leitern oder Strukturen. Die körpernahe Führung garantiert eine geringe Sturzhöhe. Der Diffuser L ist ein langer und schmaler Bandfalldämpfer, auch für Nutzlasten von 50 bis 140 kg. Durch den größeren Abstand zum Sicherungsseil bietet er maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten. Der Diffuser Rescue ist speziell für das Arbeiten mit hohen Lasten oder für Rettungssituationen und hat eine Nutzlast von 50 bis 220 kg. Der Einbau und die Anwendung vom Fuse sind schnell und einfach. Beim Fuse sind der Auslösemechanismus und der Blockiermechanismus voneinander getrennt. Der zahnlose Klemmnocken ist besonders seilschonend und vereinfacht das Lösen nach einer Belastung. Im Seilkanal befindet sich eine kleine Rolle, die auch bei schräg laufendem Seil dafür sorgt, dass das Fuse ohne großen Widerstand im Seil hoch und runter folgt. Zwei rote Markierungen zeigen mir, wenn das Gerät nicht richtig verschlossen ist. Das Fuse löst bei einer Geschwindigkeit von etwas mehr als zwei Metern pro Sekunde zuverlässig aus. Um es zu lösen, ziehe ich das Seil einfach gegen den Klemmnocken aus dem Gerät raus und kann wieder problemlos arbeiten. Auf der Rückseite befindet sich die Arrektierfunktion. Erreiche ich meinen Arbeitsplatz, kann ich diese betätigen und das Gerät bleibt und folgt nur nach oben mit. Zum Lösen betätige ich den Knopf und ziehe das Seil wieder raus. Nach einer Sturzbelastung kann man mit Hilfe eines Umlenkpunkts den Klemmnocken vom Fuse lösen und die verunfallte Person in sein eigenes System übernehmen. Das Fuse lässt sich auch in einem passiven Rettungsszenario als Hintersicherung benutzen. All das macht das Fuse zu einem innovativen, mitlaufenden Auffanggerät, das ab dem ersten Meter unvergleichlich gut mitläuft. Rettungsszenario als wenn man reintesiert ist, dann ist das Fuse werde ich ... ... ... Bis zum nächsten Mal.